Musik Hey, schön, dass du da bist. Ich würde dich gerne mitnehmen auf eine besondere Reise in meine Wissenschaft. Wenn du dich jetzt fragst, was ein Teich mit Wissenschaft zu tun hat, dann lass uns doch mal genauer hinsehen, denn von der Natur kann man ganz viel lernen. Am Rand unseres Teiches sieht man Seerosen mit ihren wasserabweisenden Blättern, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Auf der Wasseroberfläche können sich aber auch kleine Insekten fortbewegen, sogenannte Wasserläufer. Hast du dich schon einmal gefragt, warum er das eigentlich kann, also auf der Wasseroberfläche laufen, meine ich? Lass uns doch mal wie eine echte Wissenschaftlerin oder ein echter Wissenschaftler eintauchen in unbekannte Welten. Nutzen wir einen Perspektivwechsel, um uns darüber Gedanken zu machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da oben sitzt auch wieder unser kleiner Wasserläufer. Komm, wir schauen ihn uns mal genauer an. Das Geheimnis, warum er nicht auf dem Wasser untergeht, muss ja etwas mit seinen wasserberührenden Beinen zu tun haben. Zoomen wir an die Oberfläche der Beine doch einmal heran. In der Wissenschaft kann eine Oberfläche mit dem Raster-Elektronen-Mikroskop von der Mikro- bis zur Nano-Ebene detailliert angeschaut werden. Das ist ja spannend. Der Wasserläufer hat an seinen Beinen ganz viele kleine feine Härchen, die wir mit unserem bloßen Auge überhaupt nicht sehen können. Und weil der Wasserläufer diese regelmäßig mit Körperfett einschmiert, sind sie wasserabweisend, also hydrophob. Wasser dringt somit kaum in die Zwischenräume der Härchen ein. Wir sollten uns an dieser Stelle nicht nur mit dem Wasserläufer, sondern auch mit den Eigenschaften von Wasser an sich beschäftigen. Diese erkläre ich dir am besten bei einem Ausflug in eines unserer Labore der Universität Kiel. Chemisch betrachtet setzt sich Wasser aus Wassermolekülen zusammen. H2O hast du ja bestimmt schon mal gehört. Zwischen dem Wasserstoff- und dem Sauerstoffatom zweier Wassermoleküle besteht eine Bindung, die man Wasserstoffbrückenbindung nennt. Dies ist die Ursache für die Oberflächenspannung des Wassers. Wenn wir jetzt eine Kugel in einen Behälter mit Wasser fallen lassen, dann durchbricht die Kugel die Wasseroberfläche. Sprich, die Wassermoleküle werden auseinandergedrückt und somit viele Wasserstoffbrückenbindungen aufgebrochen. Das Gewicht symbolisiert hier das Gewicht der Kugel. Und die Feder steht für die Gegenkraft, die durch die Oberflächenspannung des Wassers entsteht. Hier sind wir ja jetzt an der Technischen Fakultät, wo dieses Wissen über Phänomene der Natur für coole Forschung in der Materialwissenschaft genutzt wird. In einem Ofen entsteht durch eine Reaktion eines speziellen Stoffgemisches bei über 600 Grad Celsius Zinkoxid. Das schauen wir uns doch jetzt mal genauer an. Bei der Reaktion wird gasförmiges Zink freigesetzt und reagiert mit Sauerstoff. Dabei entstehen vierarmige, also tetrapodenförmige Zinkoxidstrukturen. Nach einiger Zeit bilden sich aus den einzelnen Strukturen verästelte Netzwerke, die in diesem Zustand allerdings noch Wasser anziehend, also hydrophil sind. Ähnlich wie in einem Schwamm wird Wasser in diese Struktur aufgesaugt. Überzieht man das Tetrapoden-Zinkoxid nun mit Galliumnitrit, verändert es seine Oberflächeneigenschaft von hydrophil zu hydrophob. Nun haben wir eine Mikrostruktur, die kein Wasser aufnimmt und deshalb nicht ins Wasser einsinkt. Genau wie beim Bein des Wasserläufers. Untertitelung des Zinkoxidstrukturen Untertitelung des Zinkoxidstrukturen Untertitelung des Zinkoxidstrukturen Untertitelung des Zinkoxidstrukturen